Um zu verstehen, wie man mit Vorlife Geld verdienen kann, muss man die verschiedenen Optionen kennen und diese schauen wir uns nun einmal an. Hätten Sie spontan alle Möglichkeiten aufzählen können, aus denen sich Ihr Bonus zusammensetzen kann? Wenn nicht, dann ist es jetzt eine tolle Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie Sie Ihren Bonus durch die verschiedenen Bausteine vergrößern können. Die vermutlich schnellste Möglichkeit ist der Bieterverkauf. Hierbei kaufen Sie Produkte von Vorlife zum Großhandelspreis ein und verkaufen diese zum Beispiel zum Einzelhandelspreis, wie wir ihn auf der Website auszeichnen. Grundsätzlich ist zu empfehlen, eine Quittung bei Verkäufen dieser Art auszustellen, damit Sie und Ihr Kunde einen Nachweis über die Transaktionen haben und auch Sie den Verkaufspreis vor Augen haben, falls Sie sich auf einen anderen Preis als den Einzelhandelspreis einlegen. Einen Bonus, den wir sicher haben, solange die 100 LP Hauptvolumen erfüllt sind, kommt aus Ihrem Team. Dieser berechnet sich anhand des Live Rewards-Plan automatisch durch uns. Nähere Infos hierzu finden Sie noch an anderen Stellen, da ein detaillierter Einstieg den Rahmen an dieser Stelle sprengen würde. Der Bilderbonus ist eine Möglichkeit, Ihr Team stabil aufzubauen und dafür auch noch belohnt zu werden. Nutzen Sie also die Chance, sich auf Level 1, 2 oder 3 zu qualifizieren, je nachdem wie groß Sie Ihr Team bereits aufgebaut haben und entsprechend dafür entlohnt zu werden. Und das beste am Bilderbonus ist, dass durch Duplizieren auch Ihr Team von dem extra profitieren kann. Rapid Rewards sind neben den Teamprovisionen die schnellste Möglichkeit, sich für die getane Arbeit zu belohnen. Durch das Einschreiben neuer Vorzugskunden erhalten Sie automatisch Rapid Rewards. Sollten Sie keine Auszahlung während des Monats wünschen, zahlen Sie uns das gern mit und Sie erhalten Ihre Rapid Rewards gesammelt in einer Auszahlung mit hier und Bonus. Der MyShop bietet bereits Vorzugskunden die Möglichkeit, sich MyShop Rewards zu verdienen und damit bei den eigenen Bestellungen zu sparen. Als Affiliate haben Sie die Chance, durch diese Einkäufe Ihr Volumen zu vergrößern und auch den ersten Kontakt von potenziellen Vorzugskunden zu den Produkten von OneLife herzustellen. Natürlich können Sie mit Ihrem Link auch in Social Media aktiv werden. MyShop eröffnet Ihnen viele Wege, um digital Ihr Geschäft auszuweiten, wie zum Beispiel mit Favoritenlisten, die Sie individuell für Kunden erstellen können oder vielleicht auch Ihren Favoriten entsprechen und einfach diese Begeisterung mit anderen teilen. Der Go-To-Bonus hilft Ihnen dabei, einen Anfang zu machen, wenn Vorzugskunden und definiert einfach die Bandbreite der Produkte von OneLife erleben wollen. Wichtig hierbei ist, dass Sie der Einzeichner der jeweiligen Teammitglieder sind, um vom Go-To-Bonus zu profitieren. Ganz nach dem Mix-and-Match-Prinzip können Sie hier davon profitieren, dass die Essential Packs in Höhe von 200, 400 und 800 LP erworben werden. Sie kennen die Essential Packs noch nicht? Dann schauen Sie schnell im Shop vorbei und machen Sie sich damit vertraut, welche Vorteile diese Pakete Ihren Kunden bieten können. Dies sollte als grober Überblick geholfen haben, die verschiedenen Bausteine kennenzulernen und sich zu überlegen, welche dieser Sie bereit zu nutzen und welche Ihnen vielleicht in Zukunft noch dabei helfen können, Ihr Business weiter auszubauen. Tiefere Informationen zu den einzelnen Programmen erhalten Sie auf dem YouTube-Kanal, auf unserer Website und natürlich im persönlichen Kontakt mit Vor-Life-Mitarbeitenden. Viel Erfolg beim Ausbau Ihres Geschäfts!